Diana, Diamanta, Geburt, wie habe ich es genannt? Geburt. Ja, live dabei im Kreißsaal. Schauen wir uns das an. Oh mein Gott, es hat 410.000 Aufrufe. So, schauen wir uns das an. Schauen wir uns das an. Schauen wir mal. Ja. Könnt ihr gut hören? Holy Crap, schaut euch mal das an. Ich hatte damals 15.000 Abonnenten. Das ist am 25.11.2017 rausgekommen. Oh mein Gott, wir haben bald die 50.000 geknackt. Ich kann es nicht glauben. Krass, oder? Mega. Danke dafür erstmal an euch. Hi. Küsse gehen raus an euch alle, weil, hallo? So, weiter geht's. Kurz wie es ist. Ist auf jeden Fall aktuell 4 Uhr in der Früh. 4 Uhr. Und ich habe schon regelmäßig weh. Also bis hin 2 Wochen zu früh. Ich war richtig verwirrt, mein Gesichtsausdruck sah. Ich hatte jetzt alle 8 Minuten ein Weh. Ich wusste nicht so recht. Geht's los? Oh mein Gott. Die Lara ist wach. Moment. Die Lara ist dann noch wach geworden. Ich habe mir gedacht so, oh no. Moment. Das ist übrigens der ultimative Tipp, falls hier irgendwelche Mütter oder Schwangere drin sind in diesem Stream jetzt. Wenn man nicht weiß, ob die Geburt losgeht, dann einfach mal den Wannentest machen. Man sagt, wenn man in die Wanne geht und die Wehen hören auf, dann ist das nur eine Fake-Wee. Aber wenn es weiterhin stark weitergeht, dann geht's los. Ja, nur so ein Tipp von hier Mutti mit 4 Kindern. So, mein beliebter Vollbart-Test hat einfach nur gezeigt, dass die Wehen real sind. Ich will jetzt langsam ein paar Bauchwäcken gehen. Haben wir jetzt genug? Ich weiß nicht, wie lange oder wann. Vielleicht fünf genug. Ich erfrage das nicht, wenn ich mir den Weh habe zu liegen. Ich stehe da lieber. Oh mein Gott. Geh schon, geh den Papa aufwecken. Naja, ihr müsst wissen, ihr hattet da gerade eine Wehe. Ist jetzt 4 Uhr morgens, wie du schon gesagt hast? Verwirrt des Grauns. Ja, 4 Uhr morgens. Ich habe richtig Bauchschmerzen. Ich habe richtig Bauchschmerzen, wenn ich mir das anschaue, weil da verhärtet sich der Bauch und ich fühle es gerade so hart. Den Bauer habe ich jetzt auch schon aufgeweckt. Der wollte mehr. Der hat mir aber nicht geglaubt. Der hat gesagt, schau das Licht aus, ich bin müde. Und dann hat er gesehen, dass ich doch eine Wehe habe. Sonst hätte er es mir nicht geglaubt. Die Skier verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Ohne Schiller, den ich hier konnte. Ja, ich habe mich jetzt angezogen. Und warte, dass wir fahren irgendwie. Irgendwie habe ich zwei starke Wehen dazwischen. Schon alle 5 Minuten. Ich schwöre euch, an den Schmerz kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich versuche mich gerade irgendwie so vorzustellen. Hä? Ich sage da, ich hatte so starke Schmerzen. Im Endeffekt, man vergisst das so schnell. Und deswegen glaube ich, das ist immer so. Man vergisst das einfach. Einfach vergessen. It's gone. Und das Lustige ist ja der Fun-Fact, wo ich sage, der Papa, der hat es mir nicht geglaubt. Der hat es mir wirklich nicht geglaubt. Der hat gesagt, mach das Licht aus. Du verarschst mich nur. Ja. Siehe da, ich habe mich nicht verarscht. Danke, liebe Miriam, für dieses Kompliment. 4 Uhr morgens bist du noch so hübsch. Danke. Ja, der Papa macht hier noch auf gemütlich das Bett. Ja, dafür ist immer noch Zeit. Ordnung muss sein, meine Lieben. Oh mein Gott. Das Lustige ist noch ein Fun-Fact. Die Luisa wäre ja eigentlich am 3. Dezember geworden. Im Sternzeichen des Schützen. Und das Lustige ist, sie ist ein Skorpion geworden, weil sie zwei Wochen zu früh kam. Und ich habe den Papa noch verarscht an diesen Abend und gesagt, was würdest du tun, wenn es noch ein Skorpion rauskommt? Das Kind, weil sie früher kommt, eher so. Nein, oh mein Gott, nicht wie meine Mutter. Spaß halber halt. Und naja, siehe da, Skorpion ist dann doch geworden. Ein paar Tage noch, oder? 13. Hast du gesagt? Ja! Wie ist der Tag? 19. Hast du ihn denn schon mal damit verarscht? Oder war er einfach so müde? Nein, ich habe ihn ja an diesem Tag, er konnte es nicht glauben, zwei Wochen zu früh. Also, meine Mutter Klima ist. Und Papa, hast du Angst? Ich habe eine Zeit gelegt. Der Papa war wirklich mega entspannt. Mein Mann ist jetzt 39. Der Papa ist hier einfach weitergegangen und ich habe hier mitten im Flur eine Wehe. Ja, cool. Aber er kam wieder zurück. Um mich zu holen. Okay, 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 okay. Ich werde ein bisschen weiterspulen. Da waren wir schon im Kreißsaal. Das hat mich so gestresst. Ich dachte so, oh no, vier Zentimeter. Ich habe noch sechs vor mir, aber es ging richtig schnell. Die Luisa kam in zwei Stunden, Leute. Nein, drei, Entschuldigung, drei. Vier Uhr. 30 oder so. Ging es ja los. Drei Stunden ist nicht schnell. Sag mal sieg. Sag mal ruhig. Der Ball, der Ball. Also, diese Hebamme hat mir dann diesen Ball gebracht. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Und jetzt der Mann. Und jetzt kann ich meine kleine Wehe. Ja, man hat so richtig Schmerzen. Uuuuuh. Ich habe so richtig Kreuzschmerzen. Aber ich jetzt auch so richtig so, oh mein Gott, ich kriege gleich noch ein Kind. Hier ist Livestream. Stellt euch das mal vor, das würde jemand machen in einem Livestream ein Video gebären. Ein Video, ein Video gebären. Ein Kind gebären. Oh. Oh. 6 Uhr, 56. Eine Stunde noch, Leute. Und dann kommt sie. Das war dann so hart. Ich musste dann hier die ganze Zeit so über dem Bett, weil es besser fürs Baby ist, damit es rausrutscht quasi. Und das war zum Schluss schon schmerzhaft auf den Knien. Der Papa. Danke, Nina. Hast du bei mir ein Foto gemacht? Das ist cool. Oha, nach drei Stunden. Meine Tochter kam nach einer Stunde. Eine Stunde. Oh mein Gott, der Papa kam in 14 Stunden. So, wie geht's da? Ich war so durstig. Ich habe hier, glaube ich, so viel getrunken wie noch nie. In meinem ganzen Leben. In diesen drei Stunden habe ich wahrscheinlich zwei Liter Wasser getrunken. Ja. Oh mein Gott. Oh. Da waren die Wehen schon stärker. Das erinnere ich mich ein bisschen. Ich tue ein bisschen spulen, Leute. Das ist ein bisschen cringe. Oh mein Gott, jetzt. Sehr gut. Und noch ein bisschen. Super. Hallo. Ja, genau. Ich muss noch ein bisschen spulen. Du hüftest dich, der spuckt aus. Ich sag's euch. Schaut sie an. mir tut das so leid, dass ich das von den anderen Kindern nicht habe das wäre so schön einfach das ist so eine schöne Erinnerung für uns, aber auch für die Luisa selbst ich meine, wie cool wäre das so ein Video zu haben zu sehen, wo man ich schwöre es euch nach der Geburt ist man so hungrig des Grauns und will ein Schwein aufessen, wenn man könnte oh, das war auch so schön, das kennenlernen ich schwöre es euch, die Lara war so verliebt und eben alle Kinder, wie immer meine Bib wie klein die Lara war wie klein die Lara war wie klein die Lara war so klein war die Lara so klein war die Lara ja, woher kommt das Baby woher die Lara kann es nicht fassen, sie schaut sie noch an ein Pussy ein Pussy ein Pussy sehr schön schön, oder? das ist so schön danke, das war eine echt coole Idee dieses Video anzuschauen weil das das ist schön ja, das war schön ja, oh mein Gott, ich sag's euch ach, war schön, oder? ja, oh mein Gott